Ich bin Fabian Kratzer, ich bin Komponist für Film, Fernsehen und Theaterstücke. In Between geht es darum, dass man sich zwischen den Welten befindet. Eine Figur lebt zwei verschiedene Leben und passt in keins von diesem Leben wirklich rein. Und ist immer so ein bisschen am Strugglen, um das zu finden. All diese Gefühle, Angst, Freude, Unsicherheit, riesengroße überschwängliches Glück, das habe ich versucht, in diesem Stück zu verpacken und reinzubringen. Musik 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 Amen. Für mich ist an dem Stück so besonders, dass es einerseits für ein Streichquartett ist, weil ich für ein Streichquartett sehr gerne schreibe, aber oft nicht schreiben kann, weil im Filmmusikbereich ist es meistens fetter und größer oder elektronisch und dann viel kleiner. Und ich mag allgemein mit Instrumenten zu arbeiten, die leben, die resonieren, die man spürt, wenn man sie spielt und das hast du eben bei Streichinstrumenten ganz extrem. Da hat man einfach eine unglaublich große Farbpalette zur Verfügung, die man ausschöpfen kann und ausschöpfen muss und ich bin allgemein ein Mensch, der sehr aus dem Gefühl herausarbeitet und nichts aus dem Kopf heraus und da kann man eben alles reinschieben an Emotionen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann muss man sich halt auf seine Ausbildung oder auf sein Wissen konzentrieren und versuchen trotzdem etwas zu finden, das dann zu einem guten Ergebnis kommt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Musik